In diesem Video soll es um Arbeitsgruppen oder Breakout-Rooms in Adobe Connect gehen. Ich stelle Ihnen die einfachste Variante vor, wie Sie eine Gruppenarbeit in Adobe Connect durchführen. Dafür müssen wir uns das Teilnehmerfeld, den Teilnehmer-Pod, auf der rechten Seite des Bildschirms ein bisschen genauer angucken. Hier sind im Moment vier Personen im Raum anwesend. Ich, Hanna Musterfrau, und meine drei Teilnehmenden Aileen, Paul und Yvonne. Für die Nutzung von Arbeitsgruppen oder von Breakout-Rooms muss ich auf die drei Punkte oben rechts in dem Pod klicken und anstelle der Listenansicht, die voreingestellt ist, wähle ich die Arbeitsraumansicht aus. In der Arbeitsraumansicht sieht man in einem ganz frischen Adobe Connect Meeting-Raum vier eigene Bereiche, nämlich den Hauptraum und die Arbeitsgruppen 1, 2 und 3. Die sind im Moment noch ausgegraut, weil keine Person diesen Arbeitsgruppen zugeordnet ist. Ich verteile die Personen auf die Arbeitsgruppen, indem ich hier auf die Schaltfläche Verteilen klicke. Dann sind meine Gäste zufällig verteilt und ich selbst als Veranstaltungsleiterin bin noch im Hauptraum. Ich selbst kann mich aber auch verschieben. Wenn ich mit der Maus über meinen Namen gehe, kann ich den Arbeitsraum ändern und mich beispielsweise nach Arbeitsgruppe 2 schieben. Jetzt im Moment sind die Arbeitsgruppen noch nicht gestartet. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wären in Präsenz, dann ist es im Moment so, dass die Gruppen zwar den Arbeitsräumen zugewiesen sind, aber sich die Personen immer noch im gemeinsamen Hauptraum aufhalten. In dem Moment, wo ich die Arbeitsgruppe starte, hier rechts, in genau diesem Moment, betreten die Gruppen auch wirklich die Arbeitsräume. Und ab jetzt sehen und hören die Arbeitsgruppenmitglieder sich auch nur noch untereinander. Zudem haben sie jeweils arbeitsgruppenspezifische Pods. Das heißt, es gibt hier den Chat 11 und daneben steht Arbeitsgruppe 2, weil ich in Arbeitsgruppe 2 bin. Ich schreibe mal etwas in den Chat. Und das sehen jetzt nur Paul, der bei mir in der Gruppe ist, und ich. Aileen und Yvonne nicht. Ich öffne hier einmal ein Whiteboard und zeichne dort etwas hin. Auch das ist jetzt für die anderen Arbeitsgruppen nicht zu sehen. Ich kann bei Adobe Connect keine Zeit voreinstellen, also keinen Countdown, sodass eine Gruppenphase beispielsweise automatisch nach 10 Minuten beendet würde. Was ich machen kann, ist hier oben in dem Feld, das so aussieht wie ein Kleeblatt, das die Arbeitsräume symbolisieren soll. Wenn ich da drauf klicke, habe ich die Möglichkeit, eine Nachricht zu schicken, die dann an alle geht. Und da könnte ich zum Beispiel hineinschreiben, noch eine Minute. Dann erscheint diese Nachricht bei allen Teilnehmenden auf dem Bildschirm und Sie können sich darauf einstellen, dass es noch eine Minute dauert. Ich wechsle in die Ansicht, die die Teilnehmerin Yvonne gerade vor sich hat. Und Sie sehen, Yvonne sieht nur sich selbst. Sie ist allein in ihrer Arbeitsgruppe. Ich schreibe auch mal was in den Chat der Arbeitsgruppe 3 hinein und skizziere etwas auf ein Whiteboard. Beides sieht im Moment nur Yvonne. Ich gehe zurück in die Veranstalteransicht und beende die Arbeitsgruppenphase, indem ich hier rechts im Teilnehmerfeld auf Arbeitsgruppe beenden klicke oder wahlweise, indem ich oben in dem kleblattförmigen Feld ebenfalls Arbeitsgruppen beenden auswähle. Dann befinden sich alle wieder gemeinsam im Hauptraum, auch wenn sie den Gruppen zugeordnet bleiben. Diese Zuordnung kommt nur zum Einsatz, wenn die Arbeitsgruppen auch gestartet sind. Die Ergebnisse der Gruppen sind zunächst nicht zu sehen. Man kann sie aber aufrufen. Ich blende dazu die Freigabe hier im Hauptraum erst einmal aus, dann ist Platz für die Arbeitsgruppenergebnisse. Hier oben links in der dunklen Zeile befinden sich die neun Punkte, hinter denen sich die Pots verbergen. Wenn ich da draufklicke, findet man unten die Arbeitsgruppen-Pots. Und hier stehen genau diejenigen Pots, die spezifisch jede Arbeitsgruppe für sich hatte. Wir haben zum Beispiel in der Arbeitsgruppe 2 das Whiteboard befüllt. Ich rufe das einmal auf. Und wieder neun Punkte für Pots, runter auf Arbeitsgruppen-Pots. In Arbeitsgruppe 3 wurde ebenfalls etwas auf das Whiteboard skizziert. Und so kann ich hier die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 2 und der Arbeitsgruppe 3 miteinander vergleichen. Ebenso kann ich die Chats der Arbeitsgruppen aufrufen. So kann man im Nachhinein nach Beendigung der Arbeitsgruppen die Ergebnisse vorstellen oder vorstellen lassen. Ein wichtiger Punkt, den man wissen muss, ist, dass die Arbeitsgruppen nicht gelöscht werden. Das heißt, Arbeitsgruppen beenden ist im Prinzip dasselbe wie aus einem unaufgeräumten Raum einfach herausgehen und ihn abschließen. Der bleibt genau so, wie er ist. Genauso unaufgeräumt, mit den gleichen Inhalten und dem gleichen Layout. Zur Verdeutlichung. Wir befinden uns hier im Moment alle im Hauptraum, während die Zuordnung der Personen zu den Gruppenräumen gleich geblieben ist. Also Aileen gehört weiterhin zur Arbeitsgruppe 1, Paul und ich zur Arbeitsgruppe 2 und Yvonne zur Arbeitsgruppe 3. Wenn ich jetzt die Arbeitsgruppen erneut starte, verlassen wir alle den Hauptraum und betreten wieder die Räume, die wir mit dem Ende der Arbeitsgruppenphase vorhin verlassen haben. Man sieht, das Layout der Arbeitsgruppen ist gleich geblieben und auch die alten Bildschirminhalte sind noch vorhanden. Das kann durchaus mal gewünscht sein, aber es kann ebenso sein, dass Sie bei einer weiteren Arbeitsgruppenphase lieber eine ganz frische Oberfläche haben möchten. Ich zeige jetzt, wie das geht. Ich beende die Arbeitsgruppen und im Prinzip ist die Lösung ganz einfach. Aufräumen durch Löschen. Ich lösche die Arbeitsgruppe 3, indem ich mit der Maus in die Zeile von Arbeitsgruppe 3 fahre und hier das Kreuz auswähle Raum entfernen. Jawohl. Das gleiche mache ich mit der Arbeitsgruppe 2. Und Sie sehen, wenn ich den Raum entferne, dann verschwinden auch die Inhalte hier von meinem großen Layout im Hauptraum, dann sind die Arbeitsgruppen-Pots nicht mehr da. Jetzt gibt es nur noch den Hauptraum. Wenn Sie nach dem Löschen wieder Arbeitsgruppen anlegen wollen, klicken Sie auf das Plus, so oft, bis Sie die gewünschte Anzahl von Arbeitsgruppen erreicht haben. Ich lege jetzt einmal nur 2 an, klicke auf Verteilen, dann landen Aileen und Yvonne in Arbeitsgruppe 1 und Paul in Arbeitsgruppe 2. Wenn ich jetzt starten würde, hätten die Arbeitsgruppen ein recht unglückliches Layout vor sich, eine Videokamera oben rechts, das Teilnehmerfeld und das Chatfenster. Aber hier in der Mitte ist nichts, womit Sie irgendwie arbeiten könnten. Denn die Arbeitsgruppen übernehmen dasjenige Layout, das bei Ihrem ersten Start eingeschaltet ist. Es ist daher sinnvoll, wenn Sie sich zuerst überlegen, was eine Arbeitsgruppe tun soll und danach das Layout anpassen, das zum Start der Arbeitsgruppen zu sehen ist. Ich ziehe hier das Videofeld ein bisschen größer, damit mehrere Kamerabilder nebeneinander Platz haben. Vielleicht sollen Sie eine gemeinsame Mindmap erstellen, daher füge ich hier eine Freigabe hinzu und gebe ein Whiteboard frei. Und wenn ich jetzt von diesem Layout aus die Arbeitsgruppen starte, dann haben alle Arbeitsgruppen ein breites Videofeld in der oberen Zeile des Raums vor sich und ein relativ großes Whiteboard. Ein wichtiger Hinweis, ob Sie das Zeichen Plus für weitere Arbeitsgruppen anlegen auf Ihrem Bildschirm überhaupt sehen, hat etwas damit zu tun, wie hoch Ihre Bildschirmauflösung ist und wie breit oder schmal das Teilnehmerfeld im jeweiligen Layout ist. Achten Sie mal auf das Plus. Was damit passiert, wenn ich das Teilnehmerfeld schmaler mache? Das Plus verschwindet. Und wenn das passiert ist, dann muss ich, bevor ich neue Arbeitsgruppen anlegen kann, das Feld wieder breiter ziehen, damit das Plus wieder auftaucht. Es gibt für das Plus keinen Ersatz irgendwo anders. Es muss dort zu sehen sein. Das kann ich natürlich auch kurzfristig machen. Wenn meine Bildschirmauflösung so wäre, dass beispielsweise in dieser Aufteilung, in diesem Layout, das Plus nicht zu sehen ist, ich möchte aber noch zwei Arbeitsgruppen hinzufügen, dann kann ich das Teilnehmerfeld kurzfristig breiter machen, weitere Arbeitsgruppen hinzufügen und dann das Feld wieder schmaler schieben. Also keine Panik, wenn das Plus für neue Arbeitsgruppen nicht da ist, ziehen Sie das Teilnehmerfeld ein bisschen größer. Noch einmal zusammengefasst, Arbeitsgruppen in Adobe Connect. Arbeitsgruppen in Adobe Connect. Bei付 Онwärm bei Aufbau oder mit W parafer aufbau aufbau Viele Tipps zum flüssigen Arbeiten mit Breakout-Rooms erhalten Sie in einem weiteren Video. Vielen Dank für's Zuschauen.